Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Wargye Technik. Diesmal mal wieder eine ganz kurze Infovideo. Und zwar werden wir unseren Wargye Server für unbestimmte Zeit vorübergehend schließen. Für alle User. Ausgeschlossen davon sind Kampfeleiter und alles was einen höheren Angen hat. Grund dafür ist, dass zumindest derjenige, der jetzt schon eine ganze Zeit noch Wargye Technik spielt, weiß vielleicht, dass wir eigentlich relativ weit sind und wir wollen jetzt in dem letzten Schritt nochmal uns wirklich darauf konzentrieren, dass jetzt wirklich alles perfekt wird, bevor das Server wirklich komplett online geht. Also derzeit, also bis jetzt war es ja so, dass er public war, also jeder konnte raus, das haben wir so nie gesagt, weil wir den Server darauf nie erprobt haben. Auf jeden Fall werden wir uns da jetzt nochmal heransetzen. Die Testgelände sind jetzt in Arbeit und die werden definitiv bald fertig. Aber wie gesagt, bis dahin brauchen wir, müssen wir uns nochmal ein bisschen konzentrieren, wir können nicht derzeit dafür sorgen, dass andere Leute fighten können. Das können wir allerdings, wenn der Server wirklich eröffnet wird. Wann das ist, weiß ich noch nicht, vielleicht im Monat oder so, das ist immer doof zu sagen, aber auf jeden Fall werden wir uns jetzt nochmal heransetzen und sobald das fertig ist, wird ja wieder public gestellt und dann auch wirklich, dann sagen wir es auch. Und ja, nur das als kleine Info, dass jetzt, falls ihr jetzt droint, dass dann die Mitteilung kommt, dass ihr da jetzt gerade nicht draufkommt, der Server läuft, aber er ist halt nicht für euch verhügbar. Ja, und damit würde ich sagen, war es das schon für heute, beziehungsweise für dieses Video und damit sagen wir Tschau, bis zum anderen Video.